So, hallo ihr Lieben und heute wollen wir euch mit unserem absoluten Kernprodukt begeistern und zwar mit unserem Wunderset. Da habe ich mir heute Unterstützung von meinen zwei Mädels geholt, von der Fiene und von der Peggy und macht euch auf eine super Performance gefasst. Ich denke, das war gar nicht so einfach, das im Vorfeld zu drehen. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß und die Peggy beginnt mit unserem 4 in 1 Reiniger. Die Informationen dazu folgen dann wie immer in der Gruppe. So Peggy, los geht's! Danke Anna! Ich grüße euch ganz sehr. Ich freue mich, dass ich heute mal auf der anderen Seite von der Beauty-Eltraumgruppe sein darf und euch unseren Wunderreiniger vorstellen kann. Der Wunderreiniger ist aus meiner täglichen Gesichtspflege-Routine einfach nicht mehr wegzudenken, weil der ist unheimlich wichtig, um die Haut richtig auf die Pflege vorzubereiten. Der Reiniger holt den Schutz runter, den ihr aufgenommen habt. Der Reiniger holt das Make-up runter, was ihr vorher aufgetragen habt. Und hier sind sogar kleine Klingkirchen mit drin, die die Hautschöpfchen runterholen, die da einfach weg müssen, um eure Poren zu befreien. Und erst dann, wenn die Haut gut vorbereitet ist, kann nämlich auch die Pflege schön wirken und einziehen. Ich zeige euch mal, wie er funktioniert. Ihr seht schon, die Tube ist relativ groß. Ihr kommt da aus eigener Erfahrung ungefähr vier bis sechs Monate hin. Und ihr müsst vor allem auch nicht viel nehmen, ungefähr so viel. Vorher befeuchtet ihr euer Gesicht noch leicht mit Wasser. Und dann verreibt ihr den Reiniger einfach am Gesicht schön von unten nach oben, um die Durchblutung anzuregen. Und dann könnt ihr sogar, wenn ihr möchtet, den Reiniger auch noch kurz einwirken lassen wie eine Maske. In der Zeit, den Tipp gebe ich immer gerne, könnt ihr ruhig eure Zähne schon putzen. Und da der Reiniger so mild ist, könnt ihr den sogar morgens und abends verwenden. Also wirklich, ja, für die tägliche Pflege einfach, morgens und abends. Genau. Sofine, du bist dran. Viel Spaß. Achtung, im Sport war ich nicht so gut. Weiter geht's mit unserer Augencreme. Die Augencreme ist perfekt für alle Frauen, die ihren Blick einfach aufhellen wollen. Die also ihre Augenringe retuschieren wollen, aber auch die kleinen Fälschen und Linien, die man so um die Augen hat. Und dazu nehmt ihr euch einfach eine ganz kleine Menge auf euren Ringfinger. Den Ringfinger deshalb, weil der die wenigste Kraft ausüben kann. Und klopft euch das dann unter euer Auge ein. Wirklich auch nur ganz leicht klopfen, nicht reiben, weil die Haut über und unter die Augen ziemlich empfindlich ist. Und wenn ihr das dann eingeklopft habt, dann seid ihr auch schon fertig. Und wenn ihr das jeden Tag macht, sieht man nach vier Wochen auch schon die ersten Ergebnisse. So, und danach, je nach Tages- oder Nachtzeit, nehmt ihr dann die Nacht- oder die Tagescreme. Und da würde ich jetzt mal an die liebe Anna weitergeben. So, ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich sie gegen den Kopf bekomme, aber alles gut. Und zwar den Abschluss der Gesichtspflegeroutine mit unserem Wunderset bieten unsere zwei Cremes. Wir hatten zum einen die Tagescreme. Die gibt es entweder mit oder ohne Lichtschutzfaktor. Und dazu stelle ich euch dann nochmal ein ganz interessantes Bild rein, nämlich was die UV-A-UV-B-Strahlung mit unserer Haut macht. Denn sie führt dazu, dass die Haut noch schneller altert. Also deswegen schützt euch, egal ob ihr viel drin sitzt, ob ihr im Winter seid, so wie wir gerade, oder wie auch immer. Der UV-Schutz ist wirklich ganz, ganz wichtig. Macht ihr noch ein Produkt oben drüber, was einen UV-Schutz hat, zum Beispiel bei unserer getönte Tagescreme, dann braucht ihr es nicht unbedingt. Deswegen, die Tagescreme versorgt die Haut zwölf Stunden mit Feuchtigkeit und hinterlässt ein wunderschönes Hautgefühl. Und unsere sehr, sehr angenehme Nachtcreme ergänzt das Ganze dahingehend, dass sie der Haut bei ihrem Regenerationsprozess hilft und die Haut über Nacht mit allen Stoffen versorgt, die sie braucht, um am nächsten Morgen wieder ganz frisch auszusehen. Und natürlich der Oberknaller, wie alle Produkte aus dem Wunderset. Beide Produkte helfen dabei, die Zeichen der Hautalterung weniger aussehen zu lassen, dass Fällchen aufgepolsterter aussehen. Und ja, wir uns einfach wohler fühlen, dass der Hautton ausgeglichen ist und wir jugendlich daher strahlen. In dem Sinne, viel Freude noch mit den Infos und lasst es euch gut gehen. Und dann, viel Freude noch mit den Infos und den Infos und den Infos und den Infos.